Tag und Tag und Tag. Ich gehe jetzt mal ein bisschen rumgucken, ob wir irgendwas zerstören können. Rüstung, 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 Rüstung. Hier gibt es Schlafgemeicher, okay. Erstmal angucken. Ah, eine Mini-Medaille, sauber. Kein, nichts mehr. Dann geben wir noch den Raum daneben ab. Da geht es weiter. Okay, gehen wir weiter. Jetzt komme ich nicht in das Fass. Nein. Da aber. Salzstein, super. Ich mache mal die Kamera ein bisschen rum. Okay, den Bereich habe ich hier abgedeckt. Schauen wir, ob wir hier was finden. Nein, okay, dann geht es da um. Da über den, da über den. Kann man da lang, kann man da lang. Jetzt glaube ich bestimmt, den ist königlich gemacht. Na, da will ich noch nicht rein, hopp. Das kann nicht wahr sein, ich will es. Gucken, ob ich irgendwie noch Sachen zerstören kann. Da geht es oben, mysteriös. Opi. Ah, ne, Beutel, 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 Schränke. Basen. Okay, da können wir Case mit herstellen. Betten, Bettenschränke. Na, erstmal alles durchschilbern hier. Stärkesamen. Da geht es raus, weil das meist so große Türen sind. Stärke, Stärke, Stärke. Ja, schon. Dann kriegt er den nächsten auch. Den Overpower hier jetzt. Plus zwei. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Wo war der Ausgang da? Geh mal hier schauen. Schlafzimmer, zwei Schränke. Nichts. Mini-Medaille, super. Kann man immer gebrauchen. Kann man super eintauschen. Ja, unten auch ein bisschen höher. Bücher, 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 Bücher. Gelehrtenbrille. Irgendwas kommt jetzt gleich. Das ist ein Rezept. Hut mit Köpfchen. Ein Hut und ein Gelehrtenbrille. Okay. Da ist nichts. Nein, nicht schon wieder. Leere. Ruhe. Okay, für mich ist es ja nie abgeschlossen. Mandel des Mainz, okay. Ah. Eine Warte ist ein kleiner Nass noch ihre rein. Munchi, Munchi, Munchi. Hallo, hallo, hallo. Okay, das ist ein kleines Loch. Okay, das kann noch irgendwas zu bedeuten heißen. Das ist schon mal gut, dass hier ein Loch in der Wand ist. Das wird ja schon mal wissen, dass irgendwas gebrauchbar ist. Geht noch höher. Jetzt raus. Sind wir jetzt oben im Turm. Da ist eine Guard. Ah, sind es nichts. Dann gehen wir wieder runter. Kann man runterfallen? Nein. Kann man natürlich bei diesem Spiel nicht. Körperlichen Schaden würde es... Nein. Warte mal, ist es dann. Wo ist das dann? Hier, ne? Da ist es das Loch. Da ist das Loch. Dann gehen wir jetzt zum König. Öffne dich, Tür. Hier kommt der richtige König, der wahre. Hallo. Na. Da ist das Loch. I don't know. Na komm, wir sprechen einfach mit dem hier. Ja komm, wir explain dir das mal. Ich weiß es, ich weiß es. C'est la vie, ich denke. So, jetzt, was? Wie sind wir... Hm. Hm. Wenn was du sagst ist, musst du schon überlebt. Das bedeutet, dass deine Wettbewerbungen sind. Die Wettbewerbungen muss sein. Mit der Wettbewerb, du kannst du nicht planen zu nutzen, diese Wettbewerbs... Gut so, hör mal auf. Ich regiere mit einer gesellschaftlichen Hand. Ich kann nicht erinnern, aber... wenn die Bräuerfamilie weiß, du brauchst das Magisch-Milion. Dann... zumachen den Prinz! At once, Your Majesty. Yeah, that's a Sydney smile. Hmm, kann es jetzt vermutlich sein, dass wir da hoch müssen? Wir gehen mal hoch, kurz. Schau mal eben. Das könnte jetzt passen. Nee, 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 nee. Noch einen drüber. Hier. Nee. Schmeiß einfach mal mein Hamster da rein. Vielleicht sitzt er da in diesem Loch. Den wird's falsch. Oh nein, der wäre fast reingefallen. Äh, äh. Äh, äh. Hab ich's mir doch gewusst. Hab ich's doch gewusst. Das wird noch was zum Guten gewesen sein. Okay, das heißt, wir werden auf jeden Fall die Echse für ihn besorgen müssen oder so. Ich weiß es nicht genau. Zielfrage ist, ist er jetzt runtergerannt oder nicht? Hier stand doch gerade noch eine Ware und die Dose stand hier vorne. Hmm, komisch. Komisch. Bettina? So. Ja? Myster Không. So. Wow. So. 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 Aber waaait!